Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute gibt es ein paar kleinere Tipps und Tricks, die euch helfen, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Unter anderem, wie macht Lou so viel Gold? Ich bin aktuell bei 200 Millionen, war aber heute Mittag irgendwo mal bei 350 Millionen, hab viel ausgegeben. Wie schafft der Lou es, zwei Tränke auf einmal aufrecht zu erhalten, somit noch mehr Erfahrungsbonus zu bekommen? Und, damit fangen wir am besten auch an, die Kosten für das Umwandeln von Niedereisen und Ingolid in Obduzidruhe und Ingolid wurden reduziert. Da hatten sich einige drüber beschwert, dass die so teuer sind, aber da wurden die Kosten reduziert. Das war vorher hier 6 Millionen, das kostet nur noch 60.000 und bei einer großen Obduzidruhe waren 2 Millionen, das sind jetzt nur noch 20.000. Wurde also beides angepasst. Ich denke mal, die wurden dementsprechend auch angepasst. Da habe ich jetzt, da gehe ich mal von aus, aber gerade die großen, die haben richtig viel gekostet, kosten jetzt nur noch 60.000 und 20.000, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Da gab es einen Patch gestern, der hat genau das hier gemacht. Kommen wir zum zweiten. Wie schaffe ich es, zwei Elixiere aufrecht zu haben? Da gibt es nämlich ein neues Elixier und das, wir wissen nicht wieso, kann man zu allen anderen Elixieren dazu trinken. Das ist direkt hier oben das Quest Elixier, Elixier des Anti-Venens. Das könnt ihr einfach herstellen, ist auch relativ günstig, hält auch ganz normal wie alle anderen Elixiere 30 Minuten und gibt euch 15% mehr Leben und 20% Giftwiderstand. Ich weiß nicht wieso wir hier 20% Giftwiderstand drin haben, aber ist halt so, vielleicht für einen Dariel, aber der macht auch nicht wirklich viel Gift. Aber egal, den könnt ihr zusammen zünden mit irgendeinem anderen. Also jetzt zum Beispiel hier den Elixier der Standhaftigkeit 2. Zack, ihr habt vielleicht links gesehen, das hat sich wieder auf Null gesetzt. Und damit kriegt ihr 35% mehr Leben und so habe ich zum Beispiel gerade 60.000 Leben und natürlich nochmal der Bonus auf mehr Erfahrung. Gerade auch interessant für alle Leute, die gerade auf Weltstufe 3 kommen, könnt ihr damit nochmal zusätzlich mehr Erfahrung bekommen, könnt ihr ab Level 35 benutzen. Solltet ihr bei dem Alchemisten nicht die Möglichkeit haben, diesen Trank herzustellen, bei mir ging das einfach, es kann aber sein, dass es bei euch nicht geht, dann müsst ihr hier diese Nebenmission machen. Hier bei ihm Barreim, ich kann das hier gerade mal annehmen, so und eine Prise Gift und wenn ihr die dann gemacht habt, dann könnte oder sollte dieser Trank bei euch auch verfügbar sein. Aber in den allermeisten Fällen, bin ich mir sicher, wird der Trank sowieso schon bei euch verfügbar sein, aber es kann auch sein, dass ihr hier diese Quest machen müsst. Und dann kommen wir zum letzten Thema und ich glaube, das ist auch das, was aktuell die meisten interessiert, zumindest höre ich das bei Twitch-Stream immer am meisten. Übrigens Leute, ich bin wahrscheinlich jetzt gerade live, kommt gerne mit dazu, schauen wir ein bisschen zusammen rein in die Grube und in die Höllenflut und traden ein bisschen. Und ja, wie mache ich Gold? Das ist eigentlich ganz simpel und zwar ist ein bisschen back to the roots. Ihr habt wahrscheinlich alle noch im Kopf, ey, ich gehe zum Schmied und gebe dann beim Schmied all meine Sachen ab und zerstöre die, um Schmiedematerialien zu bekommen. Das ist seit Season 4 überhaupt gar nicht mehr nötig, weil ihr so unfassbar viele Schmiedematerialien bekommt, dass ihr das gar nicht mehr machen müsst. Ich habe 3.300 vergessene Seelen, 2.000 Schutz, 2.000 Fragmente, 2.000 Siegel, 2.500 Kristalle, 2.000 Engels auch. Das braucht ihr alles nicht mehr machen, diese Dinger kaputt machen für Schmiedematerialien. Das findet ihr nämlich unendlich in der Höllenflut. Deswegen könnt ihr zum Beispiel so ein Inventar hier ganz einfach beim Verkäufer abgeben. Und wenn ihr jetzt mal hier auf das Gold achtet, seht ihr, so ein ganzes Inventar gibt 2 Millionen. Und ich glaube, der ein oder andere, der jetzt schon ein bisschen in Season 4 unterwegs ist, weiß, so ein volles Inventar in der Höllenflut geht sehr, sehr schnell. Und so könnt ihr in einer Stunde bestimmt mindestens 50 Millionen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, sagen wir mal 40 Millionen schaffen. Wenn ihr da mal Nachmittag durchzieht am Wochenende, dann kommt ihr auf jeden Fall auf eure 100 Millionen und solltet auch genug Gold haben, um dann zu vollenden und andere Dinge zu tun. Eine weitere Möglichkeit, Gold zu bekommen, ist natürlich selten, Items zu verkaufen. Wenn ihr zum Beispiel Items findet mit Greater-A-Fixen, wie zum Beispiel das hier mit 3 Greater-A-Fixen, dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Ding auch zu verkaufen. Leider gibt uns Diablo bzw. Blizzard nicht die Möglichkeit, diese Sachen auf einem Blizzard-eigenen Marktplatz anzubieten, sondern nur auf eine Drittseite. Und ich mache eigentlich ungern so Werbung für so Drittseiten, habe es aber damals auch für helltide.com gemacht, damals als uns noch nicht angezeigt wurde, wo die ganzen Events und Truhen in der Helltide waren. Und so möchte ich das heute auch machen. Es gibt nämlich eine Trade-Seite, die die meisten meiner Community und ich jetzt auch schon benutzt haben. Und das ist Diablo.Trade. Und hier habt ihr eine Seite, wo ihr erstens natürlich alles kaufen könnt, aber auch verkaufen könnt. Ich werde euch den Link zu Diablo.Trade einmal unten in die Videobeschreibung packen. Wer von euch Interesse hat, dort mal Sachen anzubieten, kann das hier auf jeden Fall machen. Hier kriegt ihr auch einen kleinen Overview. Ey, was ist mein Item denn vielleicht wert? Weil manchmal verkauft man sowas ja auch in der Community, im Clan oder auf dem Discord, zum Beispiel auch bei uns auf dem Discord. Dann habt ihr da so eine kleine Preistendenz, was euer Item eventuell wert sein könnte. Das war es für heute von mir. Ich denke mal, morgen wird es nochmal ein Update zum Tornado-Bild geben beim Druiden. Da ist nämlich einiges passiert. Ich habe einiges umgemodelt und würde den gerne morgen nochmal neu vorstellen. Da wurde sich sehr viel gewünscht von der Community, dass ich hier nochmal ein Update zum Build gebe. Weil ich ja hier auch Tyra als Macht spiele und das eventuell für die meisten interessant ist. Ich wurde gefragt, wieso ich so viele Widerstände habe und wie ich so hohe Grubenlevel mit dem laufen kann. Und vor allen Dingen nochmal das Ressourcenthema. Ich glaube, das ist nochmal so ein Thema. Das sollten wir nochmal zusammen bereden, weil vielleicht seht ihr schon, ich habe hier unten in der Leiste jetzt Raben drin. Da sollten wir dann auf jeden Fall morgen nochmal drüber, übermorgen nochmal, morgen nochmal drüber reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.